Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zum nächsten Ace 3 Tutorial mit als Live-Unterstützung wird wieder und als Beispiel der Arno und B.A. mir assistieren. In dem heutigen Video werden wir uns das medizinische System, das Medical System von Ace 3 ansehen. Dabei gehen wir am Ende auch ganz kurz auf den Editor ein, wie es von gewöhnt war, schon bei den Combin Medical Systemen. Aber am Anfang schauen wir uns das medizinische System so an, wie es funktioniert. In den nächsten, denke ich, 15-20 Minuten wünsche ich euch viel Spaß beim Tutorial und wir sehen uns gleich. Bevor wir aber nun mit der Praxis beginnen, möchte ich euch ganz kurz einen Unterschied zu CSE erläutern. Denn Ace in it vor allen Dingen sehr, sehr extrem CSE. Das liegt natürlich daran, dass die Macher von CSE mitwirken und die Macher von AGM. Deswegen ist es leicht verständlich, dass auch dort CSE sehr gefragt ist. Aber ein großer Unterschied ist jetzt, dass wir Körperteile immer noch verarzten nach Rubrik. Also bedeutet quasi, wir wählen die Ärzte immer noch an. Aber das Schöne ist jetzt bei Ace, das Ganze macht es jetzt noch komplizierter. Und zwar müssen wir die Körperteile direkt anwählen und sehen links in der Ecke jetzt oben ganz gut die Blutung bzw. die Wunden, die die Leiche davon hat. Ein großer Vorteil gegenüber dem CSE-System ist es nun, dass nun jeder Schuss quasi eine Wunde erzeugt. Und es kann nicht sein, dass zum Beispiel ein MG 500 Wunden erzeugt und der Soldat mit plötzlich 500 Wunden am Boden liegt. Aber gibt es natürlich auch noch weitere Sachen, die hier vollständig sein können. Zum Beispiel können Knochen gebrochen werden und so weiter und so fort. Darauf werden wir im Laufe des Videos aber ganz, ganz ausführlich eingehen. Und ich wünsche euch diesbezüglich sehr, sehr viel Spaß und freue mich darauf, mit euch das Ganze heute sehr ausführlich zu übergehen. Und der, wie gesagt, BA wird uns dann vor allem im Editor begleiten, aber noch bei verschiedenen anderen Punkten wird der BA uns supporten bzw. assistieren. Nun gehen wir aber los mit der Verarztung. Bevor wir in dem Tutorial beginnen, sollten wir aber nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie wir vor allen Dingen die Interaction-Taste belegen. Und zwar haben wir das über Escape, Konfigurieren, Controls oder Steuerung in dem Sinne, Konfigurieren, Add-ons. Dann haben wir den Punkt, Come on by Ace 3, wo wir die Werte festlegen, das Interaction-Menü und das Self-Interaction-Menü. Hier könnt ihr selbst die Werte hinterlegen, die ihr haben wollt, die Tasten hinterlegen, die ihr haben wollt, um euer Menü aufzurufen. Und das solltet ihr vor allen Dingen am Anfang selbst konfigurieren. Standetmäßig sind hier andere Tasten eingestellt, das sollte beachtet werden und sollte ganz, ganz dringend am Anfang erledigt werden. Ich möchte hier bereits zum Anfang des Videos noch einmal erwähnen, dass natürlich die Tasten kürzel, dass sich alles noch ein bisschen ändern kann. Vor allen Dingen, was das medizinische System gibt, nehmen wir an, dass es dann noch die ein oder andere Änderung geben wird und Anpassung geben wird. Dann beziehe ich mich vor allen Dingen auf Stärke von verschiedenen Sachen oder aber natürlich auch von Funktionen von verschiedenen Sachen, dass Sachen dazukommen können und so weiter und so fort. Aber natürlich werden wir euch dann bestmöglich informieren und erneut Videos dazu machen, was es für wichtige Änderungen gibt. Sollte es gravierende Änderungen geben, das wollte ich nur als Vorwort sagen, damit dort keine Missverständne konnten nicht so kommen. Deswegen beachtet bitte das Videodatum, es ist wie gesagt eine sehr frühe Version und nun geht es aber wirklich los. Bevor wir nun aber mit der ganzen Verarztung beginnen, möchten wir die Möglichkeit nutzen, um euch die Items zu erklären. Natürlich gibt es wie gewohnt bei der CSE auch ganz, ganz viele Items. Hier werdet ihr bereits den ersten, geben wir die ersten Gemeinsamkeiten mit CSE sehen, dass sich vor allen Dingen die Icons ziemlich ähneln. Das liegt daran, dass die Items größtenteils von CSE übernommen wurden, aber mit einem gravierenden Unterschied. Es funktioniert mittlerweile so ziemlich alles bei der ganzen Geschichte. Wir haben wieder im oberen Teil die ganzen Bandagentypen. Da haben wir mit der Bandage Basic die normale Bandage, die wir anlegen, die schwache Bandage in dem Sinn. Wir haben da noch die Möglichkeit, die Packing Bandage, die erste quasi in dem Sinne stabile bzw. flexible Bandage anzulegen. Und dann haben wir natürlich auch noch die stärkere elastische Bandage. Das machen wir vor allen Dingen an beweglichen Teilen, die wir sehr oft bewegen, damit die Wunden nicht wieder so schnell aufplatzen. Das Tonycat ist dafür da, um gewisse Wunden zu schließen an gewissenen Teilen. Hier sollte man auch wieder bedenken, dass das Tonycat nicht an jeden Körperteil anlegen geht, sondern nur an beweglichen Körperteilen. Das sollte beachtet werden bei der ganzen Geschichte und berücksichtigt werden, denn also ein Tonycat am Bauch anlegen funktioniert in dem Fall nicht. Jetzt kommen wir auch schon zu den ersten tödlichen Sachen, obwohl auch Tonycat tödlich sein kann. Das heißt, ihr seid dazu verpflichtet als Sanitäter oder als Fußsoldat, das Tonycat wieder abzunehmen, sobald ihr es angelegt habt und alle Wunden verarztet habt. Denn sonst kann es dazu führen, dass der Soldat einfach umkippt und stirbt. Deswegen sollt ihr das beachten bei der ganzen Sache und berücksichtigt werden. Bei Morphine haben wir den ersten tödlichen Wert. Wofür nutzen wir Morphine? Natürlich, um die Schmerzen zu mildern. Hier sollte vor allem beachtet werden, dass ihr mit euren Leuten spricht. Wer hat schon Morphine? Wie ist die Herzrate? Ihr solltet also vorher den Puls checken. Kann er das Morphine noch vertragen, bevor ihr das Morphine injiziert? Dann haben wir noch das Atropin. Das ist dafür da, wenn wir zum Beispiel zu viel Epinephrin gespritzt haben, den Puls wieder langsam nach unten zu bringen. Dabei hat er nicht die stärkere Auswirkung wie Morphine, sondern ist etwas schwächer bei der ganzen Sache und skaliert das Ganze wieder nach unten, wenn wir Herzrasen haben. Epinephrin haben wir ja das, wenn wir unseren Soldaten logischerweise künstliches Adrenalin spritzen wollen, also auch hier der Herzschlag erhöht wird oder es auch gewissermaßen beim Wiederbeleben helfen kann. Dann haben wir Plasma und Saline, die momentan immer noch keine wirklichen Unterschiede haben im aktuellen Modus, sondern haben einen klaren Vorteil, dass sie beide genommen werden können, ohne dass sie kalt bleiben müssen, im Gegensatz zum Blut. Haben aber natürlich den Nachteil in dem Sinne, dass sie vor allen Dingen länger brauchen, um wieder zu reduzieren, um das Ganze wieder herzustellen. Das bedeutet also, wenn wir Blut injizieren, ist der Puls, der Blutdruck wieder schneller da oben, als wenn wir Saline oder Plasma injizieren. Hier sollen wir auch wieder beachten, dass wir verschiedene Größen haben, wie bei CSE auch. Das haben wir beim CSE Combat Medical Tutorial damals schon gehabt. Auch hier solltet ihr beachten, was ihr mitnehmen solltet. Natürlich umso schwerer die Taschen sind, beziehungsweise umso größer das Plasma ist, umso mehr da drin ist, umso schwerer liegt es auch euch in der Tasche und sollte berücksichtigt werden. Dann haben wir ebenfalls eine Basic Field Tracing, das ist nochmal eine elastische Bandage, die ihr anlegen könnt und hier habt ihr jetzt das Personal Aid Kit. Denn den Personal Aid Kit macht ihr je nach Einstellungsmöglichkeiten überall den Scrolldaten wieder per Endheilung ganz oder an gewissen Punkten. Ähnelt natürlich auch den Combat Medical System, um nicht zu sagen, ist komplett übernommen. Dabei werden auch Wunden, die genäht sind, überwieder geheilt und sollten berücksichtigt werden. Und jetzt haben wir auch schon die erste größere Neuerung. Und zwar können Wunden jetzt mit dem Soushweichel Kit genäht werden. Bedeutet quasi, wir haben die Möglichkeit, Wunden jetzt zu nähen, damit das Ganze wieder richtig funktioniert, beziehungsweise damit die Blutung dauerhaft gestoppt ist. Natürlich kann auch eine Naht wieder aufgehen, das sollte berücksichtigt werden und sollte geschont werden. Also im Endeffekt ist es wie immer, dass vor allen Dingen die Endheilung nur zählt, beziehungsweise der Soldat nur mit der Endheilung wirklich wiederherstellbar ist. Dann haben wir den Body Bag, dem vor allen Dingen für den Torso verantwortlich ist, um größere Wunden zu verarzten. Dann möchte ich noch ganz kurz auf die Brüche eingehen. Bandagen sind momentan dafür da, um auch Brüche in Ace zu heilen. Das heißt also, das kann sich auch noch mal ändern, nehmen wir an. Da wird irgendwann noch mehr kommen. Bei der ganzen Sache vermuten wir einfach in der ganzen Thematik, sollte berücksichtigt werden. Momentan, wenn euer Soldat also Brüche aufweist, nutzt ihr immer noch die Bandagen dafür. Wichtig ist vor allen Dingen bei der Verarztung, dass der Soldat ruhig stehen bleibt. Denn wir werden jetzt hier sehen, wenn ich ihn anvisieren will und der Soldat sich ganz schnell dreht, dass ich Probleme habe, den Soldat überhaupt noch an der richtigen Stelle zu erweichen. Das bedeutet also für euch, eure Leute darauf hinzuweisen, dass sie still liegen bleiben oder wenigstens still stehen bleiben, damit ihr die Soldaten ordentlich verarzten könnt. In diesem Beispiel sehen wir zum Beispiel aktuell, wie es aussieht für euch, wenn ihr verletzt seid. Der weiße Rahn steht dabei für Schmerzen und ein roter Rahn steht für Blutungen. So könnt ihr erkennen, ob ihr selbst verletzt seid. Natürlich geht das Ganze auch mit der Self-Interaction-Taste und könnt euch selbst untersuchen. Aber in diesem Fall ist es so leichter zu erkennen. Sind eure Wunden dann verarztet, wird der weiße Rahn verschwinden. So dann könnt ihr eigentlich auch ganz gut erkennen, wenn ihr selbst schon verarztet werdet, wenn ihr am Boden liegt, dass der weiße Rahn gegebenenfalls verschwindet. Es kann so, also ich sage es mal so, umso weiter, umso mehr ihr getroffen seid, umso mehr Schmerzen werdet ihr haben. Momentan ist es so, dass es ziemlich blendet und Ace ziemlich penetrant bei dem weißen Rahn werden kann. Das sollte also berücksichtigt werden und ich denke, da wird es noch eine Einstellung früher oder später geben oder da wird es sicher auch noch eine Anpassung geben. Damit wir nun aber sehen, wie das Ganze richtig aussieht, wenn wir verarzten. Nachdem wir nun gesehen haben, wie wir aussehen, wenn wir verwundet sind, schauen wir uns die Wunden nun mal an. Wie wir sehen, hat sich der BA hier sehr, sehr vorsorglich ordentlich hingelegt. Links sind wir wieder gut erkennbar. Die Wunden, die wir aktuell haben und wir hatten jetzt gerade im Ringmenü ganz gut zu sehen, dass wir die Wunden verschieden anvisieren können. Dabei achtet bitte einmal auf die Buttons. Dabei seht ihr gerade jetzt vor allen Dingen, dass die Farbe rot ist, wenn das Bein verletzt ist. Rot steht dabei für schwere Verletzungen, Gelb für leichte Verletzungen bzw. da muss noch eine weitere Behandlung sein. Sind alle Blutungen gestillt, wird das Bein oder das Körperteil im Allgemeinen wieder weiß markiert, wie wir es jetzt hier auch gleich in diesem Beispiel sehen werden. Sorgfältig verarscht sieht es also aus, wenn wir vor allen Dingen oben links blaue Beine haben. Das bedeutet quasi, dass jetzt noch eine Naht ist, die Wunden versorgt sind, aber jederzeit wieder aufgehen können, wenn wir sie nicht nachbehandeln. Das bedeutet für uns nun jetzt, das Ganze zu perfektionieren und elastische Bandagen hinzufügen und das Ganze einfach sorgfältiger aufzubereiten. Nun heißt es, den Soldaten weiter zu heilen. Wir haben jetzt schon in dem ersten Teil gerade die Wunden versorgt und sehen gerade ganz gut, dass unsere Icons hier weiß sind. Dafür haben wir uns gerade nochmal mit allen möglichen medizinischen Zeug ausgestattet, vom Blut bis hin zu verschiedenen Bandagen, damit ihr das Ganze noch einmal seht. Ihr seht also vor allen Dingen im Feld jetzt hier, dass das Ganze noch unübersichtlicher wird und komplizierter, aber das gibt dem Ganzen noch das gewisse Extra. Hier sollten also Sanitäter vor allen Dingen darauf vorbereitet sein, Ruhe zu bewahren und den Soldaten darauf hinzuweisen, dass er stillhalten soll. Denn sonst erschwert es die Arbeit, wie bereits erwähnt, sehr, sehr extrem und sollte dabei beachtet werden. Nun gehen wir darum, den Soldaten weiter zu heilen. Dafür müssen wir momentan aktuell, um den Soldaten zu nähen, an den Torso gehen und hier können wir das Nähzeug verwenden. Gehen wir ganz kurz drauf, klicken drauf. In diesem Moment wird der Soldat gerade genäht und ab dann haben wir die Möglichkeit, unter anderem bei den aktuellen Einstellungen die Entteilung vorzunehmen, nachdem wir den Soldaten genäht haben. Kicken einmal noch drauf, setzen die Entteilung, also das Personal Aid Kit und haben den Soldaten damit wieder vollkommen fit gemacht. Und das ist auch schon das, wie ihr das Ganze verarzten solltet. Wie schon bereits im Teil mit den Items erwähnt, sind momentan Bandagen dafür da, um unter anderem auch Brüche zu heilen. Und das solltet ihr berücksichtigen, sollte ein Soldat mittlere oder schwere Brüche haben, helfen momentan im Standes weiterhin die Bandagen. Natürlich darf auch eines bei Ace nicht fehlen und zwar geht es um das Zielen von Verletzten. Wenn wir mit der Interaction-Taste auf das Interaction-Menü bei unseren Soldaten gehen, haben wir die Möglichkeit, den Soldaten aufzunehmen und zu ziehen. In diesem Beispiel ziehen wir den Soldaten gerade, mit dem Mausrad einmal scrollen, auf Release klicken, lassen wir ihn wieder los. Gleichzeitig haben wir auch die Möglichkeit, natürlich den Soldaten hochzunehmen bei der ganzen Geschichte und ihn zu tragen. Klicken wir einmal ganz kurz drauf. Aufdauert die Animation natürlich länger, aber man kann natürlich sich dann schneller fortbewegen. Also beide Funktionen haben ihre Vorteile und Nachteile bei der ganzen Geschichte und sollten auf jeden Fall effektiv eingesetzt werden, damit der Soldat in sicherer Umgebung verarztet werden kann. Bevor wir nun aber zu einer Zusammenfassung kommen bei der ganzen Sache und nochmal die Schritte bei einer Belebung durchgehen, möchte ich euch hier ganz kurz zeigen, wie die Animation in den Arma eigentlich aussehen. Wir sehen hier gerade im Bild, wie der BA den Soldaten aufgenommen hat und zu dem Helikopter trägt. Die Animationen sind da aktuell momentan sehr flüssig und sehr angenehm. Natürlich bei dem Einlieferern bzw. Einlagern des Verletzten gibt es noch Einhänger, aber darüber kann man locker hinwegsehen, denn es ist schon allein schön anzusehen, wie die Leute ordentlich auf den Soldaten liegen und nicht einfach links und rechts daneben klitschen. Schauen wir uns nun aber auch mal an, wie das Ziehen von Soldaten aussieht. Auch diese Animation läuft aktuell sehr flüssig und sehr angenehm und führt zu auch aktuell keinen Problemen. Weder noch für den Gezogenen, weder noch für den, der zieht. Also ist das alles ganz funktionabel momentan und sehr schön anzusehen und erleichtert vor allen Dingen das Geschehen deutlich, denn es ist wichtig, dass Soldaten erst aus der Gefahrenzone gezogen werden, bevor sie behandelt werden, damit man nicht noch mehr Soldaten verliert. Natürlich ist es auch wieder mit Ace jetzt möglich, den Leichensack drüber zu stülpen und den Soldaten entsprechend wegzuschieben, wegzuziehen oder eine ordentliche Sehbestattung zu geben. Je nachdem, was ihr mit der Leiche machen wollt, könnt ihr das jetzt auch wieder mit Ace tun. Gehen wir nun aber nochmal in der Zusammenfassung ganz kurz durch, was wir alles beachten müssen. Wenn wir einen Verletzten haben, müssen wir erstmal beachten, ist die Umgebung denn gesichert, beziehungsweise können wir den Verletzten überhaupt verarzten. Des Weiteren müssen wir natürlich schauen, wie ist der Puls des Verletzten, wie ist der Blutdruck des Verletzten und wie ernst sind die Verletzungen. Gegebenenfalls werden wir uns einen zweiten Soldaten ranziehen, der uns vielleicht hilft, wenn die Möglichkeit besteht und die Lage es zulässt. Ansonsten haben wir als Sanitäter in diesem Moment sehr viel Stress. Nun heißt es da, dass das Leben des Soldaten quasi an uns hängt, beziehungsweise von uns abhängig ist und auch dem weiteren Verlauf der Mission gegebenenfalls erheblich entscheiden wird. Deswegen ist es also ganz kurz zusammengefasst wichtig, dass ihr den Blutdruck misst, den Puls misst, dass ihr jetzt schaut, wie die Verbandagen sind und auch regelmäßig nachfragt, wie der aktuelle Stand der Bandagen ist. Es kann ja sein, dass eine Wunde immer wieder aufplatzt. Dabei nutzt euch ruhig einen Notizzettel, um euch wichtige Sachen zu notieren, damit ihr auch wisst, wen habt ihr zum Beispiel schon viel Morphin gegeben in den letzten paar Minuten oder wo habt ihr bereits schon Bandagen angelegt und welche Patienten sind besonders kritisch, wo ihr selbst von euch aus einmal nachfragt, ob es zu beachten ist, beziehungsweise ob noch etwas passiert ist oder ob der Soldat weiterhin wohlbekommensfit ist. War es das aber noch nicht, ist das Einmaleins des Sanitäters noch nicht zu Ende. Noch einmal ganz kurz zusammengefasst, Epinephrin, Morphin, Atropin können nur an beweglichen Stellen angewandt werden. Puls kann ebenfalls nur an Armen und Kopf gemessen werden. So müsst ihr also schauen, dass verschiedene Körperregionen verschiedene Funktionen haben, die ihr maximal ausführen könnt. Und ihr müsst natürlich die Items immer regelmäßig dabei haben. Dabei ist es immer besser, eine Bandage mehr dabei zu haben, denn es bringt euch nichts, wenn der Soldat auf dem Feld verblutet. Vor allem dann, wenn ihr Advanced Wounds aktiviert habt, wozu wir gleich nochmal im Editor kommen werden. Also bitte beachtet das Ganze sorgfältig, denn sterbt ihr als Sanitäter, stirbt der Anführer, verliert es an Koordination, sterbt ihr als Sanitäter, habt ihr gegebenenfalls keinen mehr, der das für das Aidkit anwenden kann und der die Leute richtig wiederholen kann. Dann müsst ihr euch auf das Epinephrin verlassen, dass das wirkt. Und das ist nicht immer gegeben. Fassen wir also hier in diesem Teil nochmal ganz kurz zusammen. Weniger von Ace abhängig, sondern im Allgemeinen für euch als Sanitäter leben. Ihr sollt als Sanitäter immer die Ruhe bewahren und müsst das auch. Und vor allem, es ist ein sehr anstrengender Job. Übt das Ganze also ruhig regelmäßig. Wenn es später mit KI funktioniert, Ace, probiert es ruhig an KI-Kollegen immer wieder aus oder fragt Freunde und schaut, dass in einem großen Einsatz der Einsatz reibungslos läuft. Nun möchte ich euch aber gar nicht weiter mit Theorien nerven und möchte euch jetzt gerne, sehr gerne den Editor einmal näher vorstellen. Es freut mich, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Nun werden wir uns den Editor einmal gründlich ansehen. Fangen wir an mit dem Modulplatz hier in Ace Medical in der Kategorie und als wichtiges ist die Medical Settings. Hier haben wir nur die Möglichkeit, die ersten Einstellungen zu tätigen. Hier entscheiden wir beim Medical Level, welches System wir überhaupt verwenden. Hier entscheiden wir quasi, wie präferiert müssen Medical Mediziner sein, um überhaupt verarsten zu können oder ob, also quasi welche Stufe muss man haben, muss man als Medical richtig eingetragen sein, um richtig relevante Daten zu sehen. Dieselbe Medics heißt quasi, dass alle es sehen können. Dieselbe Enable Letter ist nichts anderes als die blutigen Bandagen am Boden, die gezeigt werden. Stellen wir das aus, gibt es doch keine blutigen Bandagen auf der Map und hier haben wir die Möglichkeit, die Zeit der Bandagen einzustellen, wie lange diese auf der Karte bleiben können. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass diese wohl performance-mäßig nicht so viel ausmachen und es kann ruhig bei 1800 Sekunden gelassen werden. Wir können natürlich auch sagen, mit Minus 1 das Ganze unendlich bleibt, aber irgendwann vor allem bei einer, sage ich mal, 4-5 Stunden Mission, weil wir das Ganze wahrscheinlich an Überhand gewinnen. Dann haben wir die Möglichkeit, Enable Screams, also jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, dass Verwundete schreien können oder ob sie es nicht können. Das verrät zum Beispiel, wenn Leute nicht mehr in Ackre oder in Alien-Tastros Radio sprechen können, wo die Soldaten ungefähr liegen können. Das deaktiviert ihr die ganze Sache, dann wird es natürlich schwerer, den Soldaten zu finden, denn sprechen kann er ja auch nicht. Player Damage und AI Damage ist nichts anderes als KI Damage und den Spieler Damage als Koeffizienten. Setzen wir jetzt hier zum Beispiel ein 1,5 rein, müssen wir mehrfach getroffen werden, bevor wir überhaupt ohnmächtig werden. Jetzt ist der Punkt, der sehr interessant ist. Und zwar haben wir hier die Einstellungsmöglichkeiten, wie groß die Chance ist, dass KI-Soldaten bewusstlos werden und ob sie direkt sterben. Unsere Empfehlung ist, schaltet es aus, dass KI-Soldaten immer sterben. Aus diesem Grund, weil das ganze System mit KI-Soldaten aktuell noch nicht richtig funktioniert. Aber wie gesagt, es ist auch eine sehr frühe Phase und sollte sich da etwas ändern, was gravierende Auswirkungen hat auf das Ganze, werden wir euch natürlich selbstständig darüber informieren. Setzen wir das Ganze auf Disabled in dem Fall. Jetzt haben wir die Möglichkeit, neben Prevent zu sagen, Instant Death. Bedeutet quasi, hier haben wir die Möglichkeit jetzt einstellen, ob es den Instant Death gibt. No bedeutet jetzt, es gibt ihn. Quasi bedeutet quasi, ist dieses Prevent als immer zu sehen. Wollen wir also verhindern, dass dieser Damage kommt, müssen wir das Ganze auf Yes stellen. Das heißt, jetzt darf zum Beispiel der Chorz-Spot zum Beispiel kein Instant Death sozusagen erzeugt, sondern jetzt ist in dem Fall, der Fall, dass Soldaten bewusstlos werden. Bleeding-Koeffizient und Pain-Koeffizient, dasselbe wie hier oben nochmal mit der ganzen Geschichte. Und vor allen Dingen hier steht auch empfohlen, dass es anbleiben soll, dass es quasi, dass zum Beispiel andere Mediziner, also Medics, sehen, was ihr am Bein gemacht habt oder so, dass diese Wunden synchronisiert werden, dass alles synchronisiert wird, was ihr an dem Soldaten gemacht habt. Es macht auch wenig Sinn, das Ganze nicht zu machen, denn das würde dann bedeuten, dass jeder irgendwie den Soldaten zweimal Morphin gibt, zweimal Bandagen und das ist ja Quatsch und einfach überflüssig. Schauen wir uns doch nun mal das nächste Modul an, nachdem wir das Modul platziert haben und schauen uns das Advanced Medical System mal an. Hier mit dem Settings können wir das einstellen, hier können wir einstellen, für wen das Ganze aktiviert ist. Unsere Empfehlung ist aktuell Players Only und nicht für KI-Soldaten. Enabled Advanced Mounds bedeutet nichts anderes, als ob wir akzeptieren bzw. aktivieren wollen, dass zum Beispiel Wunden wieder aufgehen. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn ihr elastische Bandagen setzt, damit Wunden zum Beispiel länger zubleiben. Setzen wir das Ganze auf Ja, können sie wieder aufplatzen, setzen wir das Ganze auf Nein, kann man sich die elastischen Bandagen eigentlich auch so ziemlich sparen. Beagle Crashs bedeuten nichts anderes, als kriegt eine Einheit Schaden, wenn es zum Beispiel ein Autounfall hat. Unsere Empfehlung ist hierfür auch Ja, hier auch natürlich Ja, vor allem dann, wenn ihr der taktischen Szene spielt und mehr, also schon ein paar Leute zur Verfügung habt, die sich ein bisschen mit dem System auskennen. Dann haben wir die Möglichkeit, das Pack einzustellen. Das bedeutet nichts anderes, als das First Aid Kit, auch beziehungsweise genannt als Personal Aid Kit. Das ist quasi das Medi-Kit sozusagen, ob das erlaubt wird. Momentan ist es so, dass wir nicht einstellen können, ob zum Beispiel Blutung gesteuert werden müssen, bevor wir das Ganze einsetzen können. Hier kann man jetzt einstellen, aber in der ganzen Sache, okay, also quasi setzen wir es jetzt auf Disabled oder Doctors Only. Sage ich mal, für wen das Ganze erlaubt ist, ist es jetzt quasi dafür da, um zu sagen, wer kann jetzt im Endeffekt die Endteilung vornehmen. Und momentan ist es so, dass man das Ganze nutzt und der Soldat steht wieder auf. Wie das in Zukunft ist, das bleibt abzubauen bei der ganzen Sache, muss man schauen. Remove Pack on Use ist quasi nichts anderes, dass das Medi-Kit sich sozusagen verbraucht und einfach nach einmaliger Benutzung entfernt wird. Ist dann sinnig, wenn ihr Leute habt, die jetzt das Ganze nicht so extrem simulieren wollen, sondern auch immer die Instant Heilung nutzen. Ich bin hier mal der, verarztet trotzdem vorher alle Wunden, damit ich mich einfach auch wohler, beziehungsweise in der taktischen Szene heimisch fühle. Ihr seht auch hier immer wieder quasi identische Sachen zu CSE, zu den Einstellungsmöglichkeiten, vieles wird euch bekannt sein und ähnelt der ganzen Sache ziemlich. Remove Pack on Use hatten wir gerade. Location Peake ist quasi, wo können wir das Ganze überhaupt einsetzen. Hier können wir zum Beispiel einstellen, dass es nirgendwo einsetzbar ist. Das heißt, dieses Personal Aid Kit könnte gar nicht versetzt werden. Also es würde auch niemals ein, ähm, es würde niemals ein Medi-Kit, ein Full-Heal geben. Das heißt, die Wunden müssen immer wieder kontrolliert werden und verarztet werden. In diesem Fall empfehle ich für kleinere Gruppen, die Enable Advanced Wands auszustellen und das eben auf dasselbe zu setzen. So müssen die Wunden trotzdem verarztet werden, können aber nicht nochmal aufgehen. Hat also den Vorteil, dass es auf jeden Fall sinnig ist und der Soldat trotzdem sorgfältig verarztet werden muss und dass der Soldat einfach so geheilt werden kann. Allow the Ritual Kit bedeutet nichts anderes. Ist es erlaubt, überhaupt N-Sets zu verwenden? Das heißt, wer kann das Ganze verwenden? Kann das jeder verwenden? Können das Madics verwenden oder können das Doktoren verwenden? Ihr habt nämlich jetzt auch mit Ace die Möglichkeit, Doktoren zu definieren. Dazu komme ich gleich nochmal bei den nächsten Modulen, da gehe ich da nochmal ganz in Ruhe drauf ein und erkläre euch das Ganze ausführlich. Remove the Ritual Kits bedeutet quasi, ist es bei Einmaliger, also wer kann sie entfernen beziehungsweise sind sie verloren, wenn man, sage ich mal, ähm, wenn man sie benutzt, sind sie weg oder behält man sie weiterhin im Inventar? Dann haben wir die Möglichkeit, die Location, wo können wir das Ganze verwenden? Auch hier ist dasselbe wie beim Personal Aid Kit, beziehungsweise beim Medi-Kit. Wird ihr einstellen, wo das Ganze überhaupt verwendet werden kann. Gehen wir nun zu dem nächsten Punkt und zwar Rewive Settings. Hier haben wir die Möglichkeiten einzustellen, ähm, wie lange überhaupt, ähm, dass der Soldat bewusst bleibt. Als erstes müssen wir das mal einstellen für Players Only oder Players and AI, also KI. In diesem Fall empfehlen wir euch auch hier aktuell nur Players Only. Stand Mai 2015. Maximaler Rewive Time ist quasi, wie lange der Soldat am Boden bewusstlos liegt, bevor er stirbt. Ähm, das könnt ihr für euch entscheiden, wie lange ihr das haben wollt. Und hier habt ihr die Möglichkeit einzustellen, wie oft der Soldat bewusstlos sein kann, bevor er endgültig stirbt und nicht mehr hochgeholt werden kann, sondern den Tod erleidet. Im nächsten Punkt haben wir jetzt die Möglichkeit, die Medical Class zu setzen. Eingetrennt wird das Ganze zum Beispiel mit S1, jetzt habe ich zu weit geklickt, das tut mir leid. S1, S2, und könnt hier quasi die Einheiten eintragen, die ihr als Medical Class definieren wollt. Und hier habt ihr die Möglichkeit einzustellen, verschiedene Sachen, Regulär-Matics, also quasi die Feldsanitierte oder die Doktorin, für ausführliche Wunden einzustellen und hier die Möglichkeit genauer zu definieren. Sehr interessant bei der Sache, weil, ähm, ihr dann aber das Modul zweimal setzen müsst. Hier könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, in diesem Modul, sage ich, der S1 ist der Medical und im S2-Modul, sage ich mal, sage ich hier, der S2 ist zum Beispiel der Doktor in dem Fall. Natürlich ist auch hier wichtig, die Gruppen zu entfernen, wie ihr das üblich kennt und können uns das Ganze weiter gerne ansehen. Auf Set Medical Facilities setzen wir jetzt quasi die Zone, wo das Third Aid Kit, wo wir vorhin die Einstellung gemacht haben, wo quasi die Endheilung möglich ist. Also hier setzen wir quasi das Feldlazarett, also das Lazarett oder das Krankenhaus, wie man es auch nennen will, wo die Endheilung vorgenommen werden kann, wenn man es entsprechend einstellt. Das können Fahrzeuge sein, das können, äh, Gebäude sein, dafür ist es da. Und hier dasselbe auch Set Medical Vehicle. Fahrzeuge natürlich tragt ihr hier am besten ein und Gebäude oder sonstiges. Könnt ihr zum Beispiel hier einstellen oder Zonen in dem Fall. Könnt ihr das auch gerne machen. Set Medical Vehicle ist quasi dasselbe wie dort, nur dass es halt um Fahrzeuge geht und nicht um Zonen oder Gebäude. Das war auch schon unser Tutorial, was Ace 3 aktuell angeht. Stand 2. Mai 2015. Eine sehr frühe Version. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Natürlich sind, wie gesagt, Änderungen vorbehalten. Ich bedanke mich recht herzlich für die ganzen Informationen, beziehungsweise für die Geduld von euch und möchte mich in einem der NATO Task Force und natürlich auch im Namen von mir verabschieden und vor allen Dingen für eure Geduld bedanken. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal wieder, wenn wir uns Ace weiterhin ansehen. Das sind immer, wie gesagt, kleinere Parts, nicht ein großer Part, weil ich es einfach als sinnig erachte, dass wir das Ganze abarbeiten, Schritt für Schritt. Im nächsten Part wird es zum Beispiel wieder um Items gehen ein bisschen, dass wir immer so ein bisschen Abwechslung drin haben, dass wir aber die Ton, beziehungsweise die Funktion von dem System, beziehungsweise der Mod ausführlich erklären. Bei Fragen und Wünschen und Anregungen könnt ihr das gerne unten in der Beschreibung reinstellen. Ich würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, lasst es am besten bleiben. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal, wenn wir wieder ein Editor-Tutorial angehen oder eine Mod-Vorstellung oder sonstiges. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ihr seid die besten Leute. Haut rein, Leute. Bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020